Hey Freunde, was geht ab? Willkommen zum nächsten Dreierverbund bzw. Dreierfächer. Wir haben heute dreimal die Fischgröpser von Röder. Die Batterie ist so aufgebaut, dass ein blauer Feuertopf existiert und Fische halt überall rumschwürmen. Und eine sehr schöne Batterie für 7,95 Euro. Könnt ihr da von meiner Seite aus nichts verkehrt machen. Deswegen habe ich mich entschieden, diese Batterie in Dreierfächer zu schießen. Wir haben eine NEM von 150 Gramm und die Batterie an sich wiegt knapp 800 Gramm. Also doch relativ schwer. Und dann würde ich mal sagen, basteln wir gleich mal den Dreierfächer und dann gehen wir raus und zünden das Ding an. So Freunde, jetzt wie versprochen den Fischgröpser dreimal. Ja, geh willst du nicht an? Hast du Freude mit? Nein, ich habe gerade auch nicht. Ich rette mal ein bisschen weiter. Da hinten ist ein Zündschluch. Ja, denk mal du kannst. Ja, du kannst du nicht an? Ja, du kannst du nicht an? Hammer, oder? Ich finde sie so herrlich. Richtig geil. Weil wir die rumschwirren. Richtig geil. Richtig geil. Richtig geil. Richtig geil. Richtig geil.